Die Fußballwelt blickt nach Belo Horizonte. Das Traumhalbfinale der WM. Brasilien gegen Deutschland. Scolari mit Dante und Willian für den verletzten bzw. gesperrten Neymar und Thiago Silva. Die Anfangsphase gehört der deutschen Mannschaft, die richtig Tempo macht. Das ist über links Mesut Özil. Ja, der vielgescholtene Mesut Özil. Schöner Querpass, da ist Müller. Die erste dicke Gelegenheit. Und Riesen-Massel für die Brasilianer in der Anfangsphase. Klasse Vorarbeit von Özil. Und die Deutschen machen gleich weiter. Khedira, Durchstecker auf Müller. Die Flanke von Müller kommt. Und da ist Klose. Wieder Glück für die Brasilianer. Druckvolles Spiel der Deutschen in den ersten Minuten. Wieder der wie ausgewechselt wirkende Özil auf Klose. Ball läuft gut beim deutschen Team. Und da ist Kroos mit der Riesengelegenheit. Khedira kommt nicht ran. Was für eine Anfangsphase der deutschen Mannschaft. Und Marcelo am Ende dann nah am gefährlichen Spiel, der die Kugel da aus der Gefahrenzone befördert. Wieder die deutsche Mannschaft. Immer wieder über links. Das ist Schweinsteiger. Da ist Müller. Müller. Und da ist das Tor. Deutschland führt mit 1 zu 0 im WM-Halbfinale gegen den Gastgeber. Klasse gespielt. Und Thomas Müller. Ja, ja. Auch wenn es abgedroschen ist. Es müllert wieder für Jogi Löw und seine Mannschaft. Riesenjubel beim deutschen Fan-Anhang. Ganz anders die Stimmung im Stadion. Was war eigentlich mit den Gastgebern? Ecke Hulck. Und die erste Gelegenheit. Schweinsteiger klärt kurz vor der Linie für die deutsche Mannschaft. Die einzige Torchance für die Gastgeber überhaupt in der ersten Hälfte. Joachim Löw und Deutschland verdient 1 zu 0 vorne. In der zweiten Hälfte kam mehr von Brasilien Ecke. Situation scheint geklärt. Und dann ist es Marcelo. Aber dieser Abschluss. Ja, Freundchen. Das ist eine Lachtaube. Das ist ein Witz für den besten Torhüter der Welt. Da lege ich mich einfach mal fest. Und die Uhr, sie tickt gegen Brasilien gnadenlos runter. Luis Gustavo mit der Flanke. Der ist plötzlich Hulck völlig frei. Gott sei Dank aus deutscher Sicht. Verzieht er. Mittlerweile schon die Nachspielzeit. Ecke nochmal für Brasilien. Und das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das darf nicht wahr sein. Skolari bringt den Joker. Ramirez kurz zuvor eingewechselt. Macht das 1 zu 1. Das darf doch nicht sein. Sie waren schon fast durch. Sie waren schon fast im Finale. Und jetzt Verlängerung. Wer hat mehr Tinte auf dem Füller? Wer hat noch mehr Körner? Wer hat mehr Kraft? Das ist André Schürrle für die deutsche Mannschaft. Özil. Mesut Özil. Klassiker Mann. Özil. Was für ein Ding. Und Götze ist da. Götze macht das 2 zu 1. Aber was für eine Vorarbeit von Özil. Mesut Özil. Den haben sie alle rausgeschrieben aus der Mannschaft. Und dann tanzt er hier. Ich weiß nicht was für ein Tanz. Aber das ist überragend gemacht. Und das ist Kindergeburtstag für Götze. Das 2 zu 1 für Deutschland. Was für eine Vorarbeit von Mesut Özil. Da wirst du doch bekloppt. Brasilien drängt nochmal in den letzten Sekunden der Partie. Noch mal die Gelegenheit. Aber nichts mehr ist es. Neuer hält die Kugel fest. Hält den Sieg fest. Jogi Löw und die deutsche Fußballnationalmannschaft. Sie stehen im Finale. Enttäuschung. Klar Frust bei den Anhängern der Brasilianer. Aber Deutschland greift zur Krone. Freudentaumel im ganzen Land. 2 zu 1 für Deutschland. Und dann nach der Kugel. Warumst du die Ziesbund? Was das macht meinstigt, wenn es nicht mehr wird? Oder hat jemand was nach dem jaunen. Oder Ephrauch. Ich bin 70,000 Euro für Deutschland. dann bin ich 8.000 Euro. Vorsicht. Und dann kann ich das Jahr nachz Truf. Orten. Und dann wird mich ein St. Hartmann. Und dann wurde das Pferd. Aber wir haben ihn nicht mehr. Vielen Dank. Vielen Dank.